Es war Nacht, 25. November 1994 Ich verließ mein Wohnklo 50. Stockwerk, Hausmaschine Alpha Nordquartier, ich hatte es satt Was denn? Das Alleinsein Ach so, warum bist du denn allein? Ich hab ein Problem Was denn? Ich bin durchsichtig, andere Leute sehen mich nicht Ich bin durchsichtig, andere Leute sehen mich nicht Oha! Ich bin durchsichtig, andere Leute sehen mich nicht Ich bin durchsichtig, andere Leute sehen mich nicht Ach so! Die Bahn Richtung dritte Ebene Schwarzfahren ist lebensgefährlich Sibirien ist kalt Dann sprach sie mich an Wer denn? Die Stimme Die Stimme Ach so! Was hat sie denn gesagt? Ich hab ein Problem Was denn? Ich bin durchsichtig, andere Leute sehen mich nicht Ich bin durchsichtig, andere Leute sehen mich nicht Ich bin durchsichtig, andere Leute sehen mich nicht Ach so! Ich bin durchsichtig, andere Leute sehen mich nicht Ich bin durchsichtig, andere Leute sehen mich nicht Oha! Wir sind durchsichtig, andere Leute sehen uns nicht Wir sind durchsichtig, andere Leute sehen uns nicht Ach so! Wir sind durchsichtig, andere Leute sehen uns nicht Wir sind durchsichtig, andere Leute sehen uns nicht Ach so!